UNTERTITELUNG Befürchtest du nicht, dass es dir hier etwas langweilig werden kann? Ich finde mich ganz gut. Die Leute hier sind ja eher etwas simpel, nicht? Komm, ich habe das Wille. Sie werden anfangs etwas verschlossen haben. Gib ihnen etwas Zeit. Sobald sie verstanden haben, dass du ein anständiger Typ bist, bist du hier nur Frauengefitte. Was machst du hier? Ich habe gesagt, zwei Monate. Wo ist der Typ hin? Wer? Wo ist der Meier? Weiß keiner, die du noch. War einfach irgendwann weg. Ich bin nicht wiedergekommen. Mann, du kannst nicht jetzt sagen, dass du uns das vertreten soll! Ich bin nur noch! Ich bin nicht mehr da, aber mit dem Freund zur Türen. Dich, dass du nicht mehr da war?